Herzlich Willkommen zurück bei Limbo. Ähm ja, es geht mir gesundheitlich etwas viel besser. Da können wir deutlich besser sitzen. Nur noch ab und zu mal so ein paar Schmerzschübe. Aber es ist relativ besser. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir kackt sind. Ich bin ein paar Mal so... Eure, Eure, Eure... Danke schön. Aha, aha, aha... Ah, das ist... Das ist der Himmel. Das ist ja nicht schön. Das ist ja nicht schön. Das ist ja nicht schön. Das ist ja gar nicht schön, aber wir sind eigentlich nicht. Einmal. Das ist doch schon nicht voll schön. Das ist ja nicht so. 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 Ich hoffe, ich ziehe es. So. Und runter. Ja, ich muss ja immer noch ein bisschen umsetzen. Aber es geht nicht so. Schau rüber. Perfekt. So. Ja, da geht's. Das ist kein gutes Zeichen, glaube ich, dass man das so leer ist. Ich weiß auch nicht. Das kommt mir auf jeden Fall nicht gut vor. Ich weiß nicht. Das ist ja nicht so gut. Das scheint mir auch nicht so gut zu sein. Okay. No risk, no fun, ne? Mhm. Das ist ja nicht so gut. Also, ja. Das ist ja nicht so gut. Und das ist ja nicht so gut. Und jetzt so gut. Ach also, die sind ja auch relativ, weil wir wollen. Okay. Okay. Muss ich jetzt schnell sein oder langsam? Ich glaube, ich werde auch eiskalt ertrinken jetzt. Oh, da werde ich ertrinken. Blub, blub, blub. Ja. Gut. Irgendwas auf die Afrika und die Piste. Die sollte ich mir wahrscheinlich weg. Ich muss jetzt wieder sterben. Ich muss jetzt wieder sterben. Oh nein, jetzt hängt er aber schon an der Kante fest. Ja, und dann werde ich wieder sterben. Ähm. Da oben sind eh die Stacheln manchmal. Ah, was ist denn da? Ich schließe die Piste. Ich schließe die Piste. Was ist denn da? Hm. Was passiert denn? Nicht die Piste. Wiederschöne. Ob es da nicht blöd oder so? Alter Schöne. Da muss man mal 2,3. Ja. Ja. Entschuldigung. Ja. Ja. Ja, der dringend schneller. Du, gehst du nicht vergessen? Oh, schweiß. Einmal von hinten müssen, dass ich das... ...deben der Steckl, der Zwiebel... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...den und dann... ...komm... ...und... ...okay, keine Chance. Das funktioniert also schonmal nicht. Was ist denn da oben? Da oben die Welt steigt, was wir sind. Und... ...und... ...und... ...alles klar. Genau. Ich habe hier doch nichts mehr übersehen, ne? Da oben kann ich ja durch. Achso. Hm. Hm... Um... ...und dann zuerst noch nicht... ...und dann... ...und dann... ...und dann haben wir halt... ...und dann... ...und dann... Oh, okay. Ich hab das hier. An, man, man. Auf! Leiter, mein ich. So, jetzt komm ich schon mal in Höhe auf jeden Fall. So, warte mal. Jetzt muss ich wahrscheinlich schnell sein. Das hier. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Es scheint auf jeden Fall runter zu gehen. So. Da mit oben. Das war vielleicht nicht so gut. Ah, ja. Das ist hart. Das hier muss ich schon oft. Was ist das? Die Kette herunter. Achtung. Ah, ist es hier. Nein! So, shit. Scheiße. Nein! Boah! Geht jetzt hier weiter rechts. Mal ruhig hin. Geht das jetzt hoch? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte ich jetzt einmal von der Helle dich verrecken. Natürlich. Ich muss bestimmt mit dem Ball irgendwie das hochhauen oder so. Guck mal. Guck mal, ob ich jetzt wieder ganz unten starte oder... Guck mal, ob ich jetzt wieder ganz unten starte oder... Guck mal, ob ich jetzt wieder ganz unten starte oder... Okay. Das hab ich direkt verkackt. Das läuft, Mobil. Das läuft. Okay, okay. Ja, wie war ich denn noch? So! Ja! Tatsächlich wird das hier auch so schwer. Sobald der Ball dann hier rauskommt... ...kurz rausgeploppt kommen und dann wieder zurück. So! Jetzt kann ich mit dem Ball... ...nein schieben. Jetzt wird der ganz schnell wieder hoch. Glaube ich. Und dann sollte der das Ding hier hochdrehen. Hoffe ich. Ja! Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So! Und rauf! Und damit sind wir bei fast 10 Minuten. Und ich verabschiede mich aus diesem Teil Libo. Bis zum nächsten Mal. Tschau!